Bei einem Notfall zählt jede Sekunde. Und um den Bürgern in und um Salzweg besonders schnell helfen zu können, gibt es seit vergangenem Jahr das First Responder Team. Die Idee, eine solche Gruppe aus ehrenamtlichen Ersthelfern zu gründen, bestand bereits seit einigen Jahren. Darüber reden darf man quasi schon, seitdem ich bei der Feuerwehr in Salzweg angefangen habe, 2015. Aber so richtig ins Rollen gekommen ist das Ganze Ende 2019. Als ein relativ großer Schwung von unserer Feuerwehr die Erste Hilfe Grundausbildung gemacht hat und somit quasi zur Verfügung gestanden ist zum Fahren. Und dann haben wir das Ganze an die Gemeinde Salzweg getragen. Der Fabian Pernpoinden und der Markus Fürst sind im Jahre 2019 an mich herangetreten und haben den Wunsch geäußert, hier dieses First Responder Fahrzeug zu etablieren. Wir sind mal in den Gemeinderat reingegangen und wir haben einen einstimmigen Beschluss gefasst, das zu ermöglichen. Gestartet wurde mit acht ehrenamtlichen Helfern. Vor ein paar Wochen konnte bereits das elfte Mitglied den Dienst antreten. Im Jahr 2020 mussten die Ersthelfer zu insgesamt 212 Einsätzen ausrücken. Diese Zahl wurde in diesem Jahr bereits Anfang Juli erreicht. Um als First Responder eingesetzt werden zu können, wird eine Sanitäterausbildung benötigt. Wir legen mir da noch ein bisschen mehr Wert drauf, auch auf die Praxis. Deswegen, jeder der noch keine Rettungsdiensterfahrung hat bei uns, der wird dann noch auf einen Rettungswagen gesetzt zum Mitfahren als Dritter. Dass der ein bisschen den ganzen Ablauf von so einem Einsatz und den Digitalfunk und die Rückmeldungen mit der Leitstelle, und das ist ja nicht nur das Versorgen des Patienten, sondern man sitzt ja quasi alleine auf diesem Auto und muss ja diesen Einsatz von vorn bis hinten abarbeiten können. Ob das jetzt den Startendrücken beim Funk ist oder die Rückmeldungen an die Leitstelle geben, das Nachfordern von weiteren Kräften. Und dass das auch drin ist bei den Leuten, legen wir da schon sehr viel Wert drauf, dass die, die noch keine Erfahrung haben, auch noch als Praktikant auf Rettungswochen eingesetzt werden. Die meisten Einsätze erfolgen tagsüber. Es gab aber auch schon Nächte, in denen ein Einsatz dem nächsten folgte, erinnert sich Fabian Pernpointner. Was dabei auf die Responder zukommt, erfahren sie meist erst vor Ort. Von Verkehrsunfall bis zu irgendwelchen Bauchschmerzen, die aufkommen oder irgendwelche Kopfschmerzen generell, irgendwie Bluthochdruck, Übelkeit, alles. Also es kann durchaus vorkommen, dass wir mir zu relativ sanften Einsätzen fahren, aber es kann auch immer kommen, dass wir mir zu Einsätzen fahren müssen, die meistens nicht Schätzungen sind. Ich erinnere mich da an den Einsatz in Hutturm, an den schweren Verkehrsunfall. Da war ich dabei, das war nicht gerade das Schönste zu sehen, aber man muss halt auch damit rechnen und damit leben. Und genau solche Unfälle bleiben oft lange in Erinnerung. Wenn dann auch noch Bekannte oder sogar Verwandte betroffen sind, wird der Job jedoch selbst für die erfahrenen Profis schnell zur psychischen Belastung. Das muss man erstens mit sich selber, glaube ich, klären, ob man damit gewachsen ist, dafür das machen kann oder nicht. Bei mir war das jetzt relativ einfach, weil ich seit 14 Jahren Rettungsdienst war. Also das wusste ich schon, dass ich das abkann, war aber selbst für mich was Neues, muss ich jetzt auch ehrlich sagen, mit 14 Jahren Rettungsdiensterfahrung. Weil im Rettungsdienst bist du ja nicht mehr zu zweit. Und das war jetzt wirklich da das erste Mal auch, dass du alleine da nachts um drei irgendwo in irgendwelche Derfall, die du als Neusalzweger vielleicht auch noch nicht kennst, ausgefasst. Also das war auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch eine ganz neue Erfahrung, dass man da alleine auf dem Auto zu irgendwelchen Situationen kommt, die man von vornherein vielleicht nicht unbedingt einschätzen kann. Rund 40.000 Euro kostete die Anschaffung des First Responder-Fahrzeugs. Die Hälfte davon konnte durch Spenden finanziert werden. Und auch weiterhin nimmt das First Responder-Team gerne Spenden entgegen, denn natürlich muss auch die Ausrüstung gewartet oder ausgetauscht werden, damit im Notfall die Hilfe schnell ankommt.